Jeder merkt es und es ist in aller Munde. Alles wird teurer und unsere Energie können wir nicht mehr zahlen. Die extremen Preisanstiege für Strom und weitere Rohstoffe bringen die mittelständischen Betriebe in schwere Notlagen. Was ist die Folge daraus? Mehr im heutigen Video. Die massive Verteuerung der Energie hat schwere Folgen für die deutsche Industrie. Die Produktion wird immer teurer und die Betriebe können die enorme Mehrbelastung nicht auf die Verbraucher umlegen, was uns in einigen Fällen freut, aber auf Dauer uns natürlich auch wieder schadet. Daher gibt es leider nur zwei Möglichkeiten. Entweder sinken die Preise oder sie werden die Produktion einstellen oder wenn der ein oder andere noch Rücklagen hat, möglichst den Standort Deutschland verlassen. Mittlerweile fordert der Mittelstand schon ein Schutzschild für die Unternehmen. Es sei analog zur Corona-Pandemie ein Herdefallfonds für Unternehmen notwendig, die besonders vom Energiepreis gebeutelt und international nicht mehr wettbewerbsfähig seien. Ja und das Problem sind für sehr viele existenzbedrohend. Natürlich und völlig nachvollziehbar die Sorge Nummer 1. Die zukünftigen Preissteigerungen sind Kosten, welche unkalkulierbar sind. Ja und die immer weiter steigenden Energiepreise hält auch die stärkste Volkswirtschaft nicht aus. Die Stimmung im Mittelstand ist katastrophal. Und die Kombination aus hohen Rohstoffpreisen, aus stockenden Logistikketten, aus mangelnden Rohstoffen, den hohen Energiepreisen und der Erhöhung der Mindestlöhne ist eine extreme Mischung, die den Mittelstand weiterhin sehr zu schaffen macht. Und ich blende dir mal, ich habe mir das mal angeschaut, ich blende dir mal die Umfrageergebnisse des Ivo-Instituts ein und ich lese dir mal einen Auszug daraus vor. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist schlecht. Der Ivo-Geschäftsklimaindex ist im August auf 88,5 Punkte gefallen, nach 88,7 Punkte im Juli. Und die Unternehmen waren etwas weniger zufrieden mit den laufenden Geschäften. Der Ausblick auf die kommenden Monate blieb nahezu unverändert, deutlich pessimistisch. Und die Unsicherheit unter den Unternehmen bleibt sehr hoch. Und die Wirtschaftsleistung dürfte im dritten Quartal schrumpfen und ich verlinke dir auch nochmal die Quelle unter dem Video. Die Frage, die du dir jetzt sicher stellst, was kann ich für mich und für meine Familie tun? Wenn die Strompreise sich nicht wieder normalisieren, wovon wir alle erstmal ausgehen, wird das Ganze weiterhin schwerwiegende Folgen für uns, für die Unternehmen und natürlich auch für Europa haben. Ich möchte auf meinem Kanal nicht politisch werden und möchte aber ein bisschen für die Themen sensibilisieren, aufklären und natürlich Lösungen anbieten. Und vor allem, wenn es um dein hart erarbeitetes Geld geht. Auch liegt mir es fern, hier Panik und Unmut zu verbreiten. Und es gibt viele Dienstleister, die sich auf mögliche Ersparnisse im Bereich von Strom und Gas spezialisiert haben. Diese einfach mal heraussuchen, im Internet schauen und kontaktieren. Und ich bin mir sicher, da gibt es einige, die dir dabei helfen, für dich und deine persönliche Situation Ersparnisse herauszuarbeiten. Und genau wie ich mich darauf spezialisiert habe, dir dabei zu helfen, die Kaufkraft deines Geldes zu erhalten, egal wie sich die Situation um den Euro entwickelt. Und daher empfehle ich dir, das Geld, welches du noch auf dem Sparbuch in Lebens-, Rentenversicherung- sowie Bausparverträgen hast, zu sichern. Und auf keinen Fall, ganz wichtig, keine neue Bausparverträge, welche jetzt wieder hoch angepriesen werden, abzuschließen. Raus aus dem Geldwerden und rein in Sachwerde. Ja, und solltest du mehr darüber erfahren wollen, dann nutze die Möglichkeit, mein kostenfreies Webinar anzuschauen. Und ich bin mir sicher, wir finden die richtige Lösung für dich. Und wenn du möchtest, hast du natürlich auch die Möglichkeit, mich zu kontaktieren unter www.tobiaskaip.com. Ich sage schon mal, weiterhin alles Gute für dich und deine Finanzen. Bis zum nächsten Video. Tobias Kaip.